Hey, was wolltest du denn überhaupt traden? Hä? Was wolltest du denn überhaupt traden? Hm, was wollte ich traden? Erstens die doppelten Items, sprich OP-Dachen auf Art Breaks Und zweitens hatte ich schon für gewisse Trades, die möglicherweise, MÖGLICHERWEISE Ja Äh, beinhalten, ähm, diese komischen Haare da, weißt du, diese, äh, Adventskranzhaare, ähm, Ähm, bei Spicey and Matchable küsst ich also, äh, oberen Koffer und Schuhe Ja Für, äh, den, äh, Ying und Yang-Foot, ein, äh, glazies Tank, mit der Bazooka Und was ist? Ich krieg's nicht, weil ihr Scheiß krägtet sich los, Lehmann! Ist doch korrekt von denen Hä, ich find das okay Also ich hab da nichts gegen Ich auch nicht Ich bin SO KURT zum Herzfeder Ich würde, was I would fucking do to fucking flip this I would fucking take my hand And pull in his ass Until it's getting out of his throat Just to fucking get it right out I'm freaking serious Do you know why you're not fucking with using it? I was always like Okay, in the end It's just NQ games ruin it But no! They destroyed it officially Wokaku designed to fucking practice him And Q wanted to release it So fucking fear Archie Press And Rockable was like No, we don't want this Huh? Fucking retards They were just like Okay, you can buy it now Just, just give out your money Then I was like Okay, just spend 70 euros And then they were like Oh! We've put it out! We are so much We are just, we got like 500 people We are We are Actually, this was the biggest scam in the history of the whole world Ich habe das Geld dafür ausgegeben, Mom. Ja, ich habe das Ding! Ich habe das Geld nicht zu benutzen. Ich habe das Geld in meinem Account. Was kann ich eigentlich nichts machen? Wow! Okay, at least they look nice. Ja! They just proved that I am Re-Tab, weil ich Geld verdient, weil ich verdient, weil ich verdient, ich verdient, weil ich verdient, ich Death that Rock Hippo off! Dude, if you trust Rock Hippo, you are already a retard, so Verkaufst du deinen Account und dann hast du dann Geld vertical. Sebastian, haste du gemerkt, dass rhino's Verlust macht? Ne! Habe ich neech gemerkt! Ich denk mir so, oh, das find ich toll, ich hab 70 Euro ausgegeben, hab nicht bekommen, überhaupt nichts, nur die vielen, die ich benutzen wollte, um die Einzelten bekommen, die ich gerne hätte, wenn ich meine Doppelstreichel schäte. Aber nee, es juckt mich gar nicht, ich freu mich drüber, hab ich noch ein bisschen Geld gespendet, schön, herzlichen Glückwunsch, die könnt ihr sehr gut gebrauchen werden. Ist ja nicht so, das ist echt ein bisschen von Götter.